Hallo, hier ist eure Annika Rose und ich habe bei diesem neuen Laptop auch einen Kanal. Das ist der gleiche wie auf meinem Tablet. Ich werde Bücher von Kanal zu Kanal vorlesen, die in meinem Kanal drin stehen und ich hoffe auf Abonnenten. Ich heiße da auch Annika Rose. Es gibt auch ein Instagram-Profil, da heiße ich AnnaYT130 und ich hoffe auf Abonnenten bei meinem Kanal und auch bei Instagram. Bis später mal. Bis später.